Ich kann nicht einmal den Schlauch wechseln. Ist das noch auf Kamera? Hallo, ich bin die Rimmel Marie-Therese und ich kämpfe selten. Die meisten kennen mich unter Butzi und ich würde gerne Rad fahren. Meine Hausrunde auf den Rennradlern ist von hier daheim weg auf das Dimmelsjöch. Da fährt man zuerst durch Selten durch, durch Zwieselstern und danach von Gurgel weg auf das Dimmelsjöch. Richtig schön finde ich es oft dort oben, wenn du zum ersten Mal zur Mautauchen kommst und deinen Tollblick hast, dann siehst du außen bis zum Türgang. Das Coolste an Sport ist, einfach den Kopf anzuschalten, Spaß zu haben, sich selber zu challengen, sich Herausforderungen zu stellen, so wie letztes Jahr beim Ötztaler Radmarathon. und das motiviert an, einfach besser zu werden, zu schauen, was man eigentlich alles hinbekommt. Es gibt sehr viele schöne Flecken in Ötztaler, aber was mir besonders gut gefällt, ist da oben an Dimmelsjöch, das kleine Hütchen, wenn man Ohren sieht auf Selten oder Richtung Selten. Das ist schön, ganz leistige Olben. Geschwindigkeit in Sport hat mir eigentlich Olben schon gefallen, wo man Skifahren genauer ist. Da bin ich zum Beispiel die Speeddisziplinen auch gefahren und ich jetzt auf dem Rennradler oder auf dem Mountainbike, das macht halt viel Spaß, da mit, keine Ahnung, 80 Sachen hoch und düsen. Mit dem Ötztal verbinde ich eigentlich die ganzen Berge und die ganze Natur, die Schönheit, die Gelassenheit, das Ruhige, das Natürliche. Ja, das Ötztal ist einfach für mich die Hormat. Ja, das Ötztal ist einfach für mich. Ja, Herr, es Ahnung, dass wir das Schöpfen haben. Nun família der Rettmöglichkeiten. Wege eine Nacht.